Hey Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier ein tolles Paket. Und zwar habe ich hier den neuen Aufero Laser 1, um genau zu sein, den LU2 420 Watt LF. Ortur-Aufero, dazu gleich noch mehr, hat mir diesen Laser kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich ihn mit euch testen und danach tolle Projekte umsetzen kann. An der Stelle ein großes Dankeschön für die tolle Unterstützung. Noch kurz was zu Ortur und Aufero. Ortur ist ein Hersteller, der sich auf die Entwicklung von Diodenlaserkravierer konzentriert. Und Aufero ist die neue Untermarke von Ortur, die sich auf die tragbaren Laser spezialisieren. Das Ziel von Aufero ist es unter anderem, den Einstieg in das Thema Lasern zu vereinfachen, da wir hier in einem günstigeren Preissegment sind und man eine einfachere Handhabung hat. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr über Ortur und Aufero erfahren wollt, dann schaut es einfach mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch die About Us-Felder von denen verlinkt. Jetzt fangen wir aber endlich an und packen das Ganze hier erstmal aus. . So, 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 jetzt haben wir alles ausgepackt und damit ihr euch am besten ein Bild von dem Laser machen könnt, erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was. Also das erste, was mir aufgefallen ist, ist halt schon bei der Verpackung gewesen. Also das Ganze ist sehr, sehr gut eingepackt. Man hat es schon gemerkt, wo man die Kiste rumgetragen hat. Da hat man nichts gehört, dass irgendwas wackelt und auch dann beim Auspacken, also sehr, sehr sauber alles verpackt. Dann kommen wir hier erstmal gleich zum Laser an sich. Das ist er. Der wiegt nicht viel. Schön leicht. Was man da auch schon merkt, wenn man es gleich anfasst, man hat auf jeden Fall Qualität in der Hand. Hier haben wir so Acryl-Seitenwände. Die sind zwar dünn, aber trotzdem ist das hier sehr, sehr stabil. Unten noch Gummifüße, solche kleinen Polsterchen, damit der einfach ein bisschen mehr Halt hat. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann man das Ganze hier bewegen, wenn es halt vom Strom getrennt ist, sonst würde es nicht gehen. Und da merkt man auch schon, wenn man das hier hin und her schiebt, dass da auf jeden Fall sehr, sehr sauber gearbeitet wurde. Also das ist echt, echt, echt gut. Da kann man nicht meckern. Ist perfekt. So, dann haben wir hier den Laser. Der ist jetzt noch eingepackt. Da ist jetzt noch die Folie dran. Man kann unten bei dem Laser, kann man das untere Ding hier abnehmen. Das ist dann einfach der Schutz, dass wenn man lasert, dass man, dass dieser Laserstrahl, dass man halt, wie soll ich es beschreiben? Wenn man lasert, dann kommt der Laserstrahl raus und der ist nicht gut fürs Auge. Durch das Ding wird das halt ein bisschen reflektiert. Das ist einfach mit Magneten, kann man das draufsetzen. In alle Richtungen kann man das drehen, wie man möchte. Auch der ist sehr, sehr gut verarbeitet. Genau. Daneben dran dann die kleine Schraube, um den Laser dann zu befestigen. Das machen wir dann gleich noch. Hier haben wir das Netzteil. Ich habe jetzt leider das US-Set bekommen. Da habe ich halt den amerikanischen Stecker drinnen. Ihr könnt allerdings dann im Shop zwischen US und EU wählen. Ich muss jetzt warten, bis mein Adapter kommt dafür. Das dauert jetzt ein paar Tage. Für euch macht das natürlich nichts aus. Ihr seht das Video einfach jetzt schnippst und dann geht es schon weiter. Dann haben wir ein USB-Kabel. Damit können wir dann den Laser an unseren Laptop anschließen und über die Software dann den Laser steuern. Dann haben wir hier eine, diese ist auch noch eingepackt, eine kleine Acrylplatte. Die ist dazu da, um später den Laser zu fokussieren. Fokussieren bedeutet, dass man in einem richtigen Abstand zum Material ist. Es wird dann ungefähr so ablaufen. Der Laser ist hier drinnen. Man legt die Platte unten drunter. Man stellt den Einhalt, dass der dann an der richtigen Stelle sitzt. Zieht das weg und lasert. So, stelle ich es mir jetzt mal vor, ob es dann auch funktioniert, werden wir sehen. Daneben haben wir noch eine kleine Aluminiumplatte. Hier eine ganz, ganz dünne. Für was die genau ist, weiß ich leider nicht. Ich habe zwar in der Bedienungseinheitung nachgeguckt und da steht auch was zum Fokussieren drin. Ich habe mir auch mal ein Video angeguckt. Das sollte angeblich so funktionieren, dass du auch diese Platte unten drunter legst. Dann kannst du im Programm so einen Fokuspunkt irgendwie generieren lassen. Das ist dann so ein ganz leiser Laserstrahl. Und dann kannst du halt den hoch und runter schieben, bis du hier so einen Punkt ziehst oder so. Da kannst du auch noch mal irgendwas einstellen. Da weiß ich aber noch nicht allzu viel. Dann haben wir noch ein bisschen Werkzeug. Kabelbinder sind dabei. Immer gut. Hier ist Werkzeug, Inbusschlüssel und Maulschlüssel. Und haben wir hier noch rechte Winkel. Die sind dazu da, um den Laser später hier an diesen... An diesen... Wo sind sie? Hier. Da sind die Löcher. Und auf der anderen Seite auch. Da kann man dann die rechte Winkel, die Dähne dran machen. Und den zum Beispiel dann an eine Platte fixieren, dass der wirklich nicht mehr wackelt. Genau. Dann ist noch ein bisschen Material dabei, um die ersten Testversuche zu machen. Das ist ganz dünnes Sperrholz. Was das ist, weiß ich nicht. Auch irgendein Holz. Kann man einfach ein paar Testversuche machen. Und noch ein kleiner Pinsel, um schön sauber zu machen. Ist auch cool. Ja, und dann halt das Wichtigste. Arbeitsschutz. Die Brille. Das ist ganz wichtig bei dem Laser. Das möchte ich gleich dazu sagen. Tragt eine Brille. Die Brille ist dabei. Die ist in drei Stufen einstellbar. Also sollte für die meisten Köpfe reichen. Ganz, ganz wichtig, weil in den Laser reinzugucken ist nicht cool, weil danach sieht man nichts mehr. Eventuell. Auf jeden Fall denkt es dran, Brille aufsetzen. Gut den Raum durchlüften, weil die Dämpfe, die dabei entstehen, sind giftig. Und dann halt die ganzen Sicherheitshinweise beachten, die hier in der Beschreibung drin stehen, die dabei ist. Blende ich euch hier auch einmal ein. Ja, genau. Und das war's. So, dann bauen wir den einfach mal zusammen, was super einfach ist. Das Ganze einfach hier oben drauf stecken. Und man sieht auch, das passt echt passgenau hier rein. Und dann nimmt man sich einfach hier diese Schraube. Schraubt die hier rein. Und dann dreht man das ein bisschen fest und dann setzt der Laser. Und dann kann man diesen Aufsatz einfach ganz easy mit den Magneten hier dran klipsen. Jetzt müssen wir noch dieses Kabel hier anschließen, das was von hier hinten kommt. Und da müssen wir einmal diesen Stecker nehmen, in die richtige Richtung natürlich. In dem Fall jetzt so rum. Einfach reinstecken. Klips. Und dann muss noch dieses Erdungskabel befestigt werden. Dazu müssen wir hier einfach diese Schraube aufdrehen. Und dann müssen wir diesen Schuh hier noch ein bisschen mehr hier unten drunter klemmen. Schön reinschieben und dann wieder zudrehen. So, jetzt fehlt nur noch die Software, die wir brauchen. Und wenn wir gerade dann schon dabei sind, zeige ich euch auch einmal kurz die Webseite. Dazu gehen wir einmal auf ortur.net. Und dann kommen wir auf eine echt wunderschöne Seite, muss ich sagen. Die ist echt gut, also übersichtlich gestaltet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Links unten könnt ihr gleich mal auswählen die Sprache. In welcher Sprache ihr das Ganze haben wollt. Dann rechts unten im Eck könnt ihr eure Währung auswählen. Dann habt ihr gleich die Preise schon in eurer Währung. Ja, und dann können wir hier oben, hier oben haben wir dann die ganzen Felder zum Auswählen. Da fangen wir mal an, hier links, bei Laserkravierer. Sehen wir dann hier, diese drei Laserkravierer haben sie momentan im Angebot. Oder, beziehungsweise verkaufen sie gerade. Hier haben wir hier die zwei großen Laser. Und hier ist der kleine Afero Laser 1. Wenn wir da mal drauf gehen, sehen wir hier gleich, dass wir hier das Netzteilstecker, können wir halt zwischen US und EU auswählen. Natürlich ist die Seite jetzt nicht hundertprozentig auf Deutsch übersetzt. Das ist ein ganz normaler Google-Übersetzer. Damit müsst ihr natürlich rechnen. Da können wir EU auswählen. Dann haben wir noch drei Lasermodule zur Auswahl. Da könnt ihr euch zwischen den drei entscheiden. Steht hier hinten auch in Klammern, welcher Laserkopf halt für was besser geeignet ist. Ich habe hier diesen LO24 20 Watt SF-Laserkopf. Genau, Bilder sind sehr, sehr gut. Ist schön alles hier beschrieben. Gefällt mir. Wenn wir ein bisschen runterscrollen, können wir hier unten dann eine Beschreibung lesen. Da könnt ihr euch alles zu dem Laser nochmal durchlesen. Und auch die ganzen Informationen, wenn ihr dann nochmal Sachen wissen wollt oder so. Genau, dann haben wir Zubehör. Bei Zubehör sind so verschiedene Sachen drin, wie zum Beispiel hier vorne. Das ist ziemlich cool. Das ist eine Maschine, da könnt ihr dann runde Objekte lasern, wie zum Beispiel hier so eine Dose. Dann habt ihr noch hier für die Z-Achse so eine Höhenverstellung. Dann so ein ganzes Gehäuse. Das ist aber nur für einen großen Laser. Könnt ihr natürlich auch den kleinen reinstellen. Der hat dann noch eine Absaugung dabei. Für die Dämpfe und so. Und ihr müsst halt dann keine Brille tragen, weil das Gehäuse schützt dann. Außer ihr macht den Deckel auf, dann bitte wieder Brille tragen. Dann habt ihr hier noch extra Lasermodule, die ihr nachkaufen könnt. Und hier noch Controller und Motherboard. Dann hinten ist das Ticketsystem. Das Ticketsystem bedeutet nur, da könnt ihr euch registrieren und dann könnt ihr da an Orto hinschreiben, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Produkten oder so oder ihr Probleme habt mit euren Lasern, dann wird euch da weitergeholfen. Hier könnt ihr nochmal nachlesen über die Firma, über Fähre und über Orto, was das alles, wer die sind und was die machen. Dann Bestellung verfolgen und hier kommen wir dann schon zu den wichtigen Sachen und zwar einmal das Handbuch. Das ist einfach nur das, was ihr mitbekommt, das Handbuch. Da sind aber nur die QR-Korts drauf. Die leiten euch dann hier weiter. Was ich ziemlich cool finde, wir sparen uns dadurch Papier. Wir haben hier gleich Videos, was viel angenehmer ist anzuschauen, als so eine Beschreibung zu lesen. Genau, haben wir hier einmal halt für den Orto Laser Master 2 und hier einmal für den Auffero Laser. Haben wir hier eine Beschreibung, könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr da das ganze Ding zerlegen wollt und dann nicht mehr wisst, wie ihr das zusammenbauen müsst. Genau. Dann kommen wir schon zur Software. Die Seite ist jetzt hier so aufgebaut. Wir haben hier oben einmal die Driver, die wir uns installieren müssen für Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Haben wir gut Auswahl. Ich nehme jetzt einmal hier für Windows 10 die 64-Bit-Version. Und hier unten habt ihr dann noch die Software, die ihr braucht. Da müssen wir uns einmal die Laser GRBL, spricht man das so aus, Tasten hier runterladen. Zeige ich euch noch, für was die sind. Und hier steht zwar eine Liste der kompletten Software mit Orto Laser Master 2 Pro. Funktionieren wir auch mit den anderen Lasern. Da haben wir einmal die kostenlose Version, Laser GRBL. Die laden wir uns runter. Genau, das machen wir gleich. Und dann gibt es noch Lightburn. Die ist ein paar kostenpflichtig. Könnt ihr allerdings 30 Tage erstmal testen. So, jetzt haben wir hier uns das runtergeladen. Und das da. Ich schaue mal, ob das angekommen ist. Und einmal die benutzerdefinierten Tasten. Warum lädt er das jetzt nicht runter? Mann. Okay, er lädt es nicht runter. Gut. Dann müssen wir da gleich nochmal gucken. Hier bei Laser GRBL sind wir jetzt hier drauf. Da gehen wir auf Download. Wie gesagt, ich mache das jetzt gerade mit euch hier First Try. Also ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Falls ihr euch wundert. Wir klicken jetzt einfach mal hier auf Download. Gut, diese benutzerdefinierten Knöpfe da, die lade ich mir jetzt einfach über die Webseite von Laser GRBL runter. Das ist der Link hier. Genau. Einfach runterladen. So, und dann installieren wir das Ganze mal hier. Fangen wir mal an mit dem Driver. Next. Jetzt muss man da einen Username reinschreiben. Ich nenne mich jetzt einfach mal TMBastler. Company Name habe ich nicht. Also, jetzt muss ich einen Company Name reinschreiben. Ja, bei Company, ja, keine Ahnung. Ich schreibe da jetzt auch einfach TMBastler rein. Sollte schon passen. Dann Next. Dann, wo soll man es installieren? Passt alles. Next. Jetzt installiert er das einmal ganz schnell. Dann hier oben Weiter. Das müssen wir auf Installieren. Fertigstellen. Der soll gleich mal nach Updates gucken. Gut, das öffnet da jetzt zum Beispiel schon mal nicht. Ah, was ist denn los? Ja, egal. Dann machen wir weiter mit der Hauptsoftware. Die müssen wir auch einmal installieren. Der soll das da installieren. Der soll man, ja. Soll er machen. Install. Finish. So, dann kommen wir jetzt hier schon in die Software rein. Genau, das ist sie. Und jetzt kommen wir zum ersten. Das weiß ich auch natürlich nur aus Videos. Ihr geht jetzt hier unten dann hier in dieses Feld. Macht Rechtsklick rein und sagt, Imputiere benutzerdefinierte Schaltflächen. Und dann wählen wir uns diese Custom Buttons aus und öffnen die. Jetzt müssen wir hier ganz auf die Ja klicken. Für jeden einzelnen Button. Äh, hat das jetzt funktioniert? Äh, gut Leute. Wir machen jetzt, ja, wir probieren jetzt einfach mal was zu lasern das erste Mal jetzt. Ich benutze jetzt hier eine Unterlage, um dann da drauf zu lasern. Damit ich einfach nicht auf meinen Tischlaser. Stellen wir jetzt uns hier hin. Blende ich euch jetzt einfach mal die Maße ein von dem Laser. Und einmal den Arbeitsbereich. Den könnt ihr übrigens auch auf der Webseite nachlesen. Blende ich euch aber auch jetzt dann mal einmal ein. Hier ist übrigens mein Adapter. Ich habe den euch auch einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Den kann ich jetzt hier reinstecken. Dann kommt das Netzteil dran. Das hier auf den Boden. Kabel ausdrehen. Genau, dann stecke ich den jetzt einfach mal hier rein. So. Jetzt brauchen wir das USB-Kabel. Das ist auch gut lang. Das stecken wir einmal hier rein. Das Kabel führen wir hinten rum an den Laptop dran. So. Jetzt haben wir hier unten einmal Reset-Knopf, einmal einen Power-Knopf. Ich habe den jetzt mit Absicht zu hingefahren, weil ich jetzt gleich weiß, was passiert. Und zwar drücken wir jetzt einmal den Power-Knopf. Und dann seht ihr, jetzt homet er sich. Da sind so Endschalter dran. Und jetzt hat er die Homeposition herausgefunden, also der Nullpunkt. Wir haben jetzt hier im Programm, können wir jetzt hier oben den Laser dann verbinden einmal. Einmal hier oben genau auf Verbinden klicken. Gut, jetzt fahren wir mal den hin und her. Funktioniert das? Oh mein Gott, das funktioniert. Hey, das ist ja cool. Hier könnt ihr den Speed einstellen übrigens. Die Geschwindigkeit steht auch dabei, wenn ihr mit dem Mauszeiger drüber fährt. Hey, das ist ja cool. Ey, also ich hatte ja noch nie so ein Spielzeug CNC oder 3D-Drucker, ich weiß nicht was. Das ist echt cool. Das ist gerade echt cool. Okay, machen wir aber jetzt mal weiter. So, bei mir ist natürlich Schutzbrille auf. Hier, seht ihr das? Schutzbrille ist auf, gell? Jetzt wollen wir mal das erste Mal was lasern, ne? Da, ich habe es auch noch nicht getestet, Leute. Also, wir versuchen das jetzt mal. Wir gehen jetzt mal hier oben auf Datei. Datei öffnen. Und dann habe ich mir jetzt hier, also ihr braucht wirklich nur eine Bilddatei. Ich habe mir jetzt hier einmal ein, das Ortho-Logo geholt. Öffne das Ganze. Dann kommen wir in das Fenster. Hier sehen wir das Original. So wird es dann in der Vorschau. Wir können natürlich nicht bunt lasern, sondern wir müssen, es ist immer schwarz-weiß. Größe ändern. Graustufen. Dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal durchklicken und das einfach ein bisschen ausprobieren. Da können wir jetzt hier die Helligkeit einstellen. So sehen wir nichts mehr. Wir machen das jetzt. Lassen das mal auf 100. Hier können wir einen Kontrast einstellen. Den lassen wir auch mal auf 100. Das ist die Weißsättigung. Dürfte dann sein, dass das Weiße dann weggeht. Das lassen wir auch einfach mal so. Was heißt das da? Ah, okay. Das heißt dann, dass das alles in der gleichen Farbe wird. Das brauchen wir nicht. So, dann Umwandlungswerkzeug. Linie zu Linie verfolgen. Ein Bild. Also, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Mal so überhaupt nicht. Ich lasse einfach mal das Erste. Horizontal, Vertikal, Diagonal. So, jetzt ist die Frage, was horizontal war, so rüberdenkt, glaube ich. Das heißt, wenn wir das so haben, dann wird er die Schrift so rüber sein. Das müsste so sein. Hier unten haben wir noch so ein paar Sachen. Da können wir das Ganze dann drehen. Unser oder auch spiegeln. Okay, jetzt gehen wir auf Weiter. So, und jetzt kommen wir nämlich zu der Sache. Und zwar ist es, wir müssen hier auf die Webseite gehen von Orto. Und dann geht ihr hier oben, machen wir weg. Hier oben bei auf, weiß ich nicht, wie es auf Englisch heißt, unterstützt hier. Und dann geht ihr auf Materialreferenz. Und da habt ihr dann so Vorgaben. Das sind natürlich nur Richtwerte. Da müsst ihr einfach selbst schauen, was für euch am besten passt. Das ist jetzt für den großen Laser. Und wenn wir runterscrollen, finden wir unseren Laser, den Auffero Laser 1. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir jetzt haben. Ich werde jetzt hier mit 1,6 mm Sperrholz das verwenden, was schon dabei ist. Das heißt, wir nehmen das da. Wir haben diesen Laser hier und wollen gravieren. Das heißt, wir können mit 3.000 mm die Minute gravieren. Das stellen wir jetzt hier einmal ein. Engraving Speed. 1, 2, 3. 3.000 mm. Dann haben wir M4 S500. S ist die Stärke. Okay. Dann haben wir Laser-Modus M4. Sind es dann 500% oder was? Ah, doch. 50%, also mit der Hälfte. Okay, okay. Wenn ich jetzt 10% eingebe, dann haben wir 1%. Okay, okay. Was passiert, wenn ich 50% eingebe? Dann haben wir 5%. Okay, so geht das. Also mit 500% eingeben. Dann haben wir 50% Stärke. Das heißt, es geht halt nicht. Also umso höher die Zahl halt. 100% ist es die größte Stärke. Also die größte... Mir fehlen die Worte gerade. Ihr wisst, was ich meine. Die größte Stärke, also die größte Kraft. Wie stark er halt ist, dass er halt durchgeht. Bei 100 geht er halt dann durch. Wir wollen ja nur gravieren, nicht durch. Deswegen brauchen wir nur die Hälfte oder so. Jetzt haben wir die Bildgröße und die Position. Was stand noch dabei? Ah, hier steht 15 Linien pro Millimeter. Das heißt, wir müssen hier eingeben 15. 15 Linien pro Millimeter. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal eingeben. Und jetzt müssen wir... Die Größe anpassen. Die Größe anpassen. Also wir müssen jetzt schauen, wie groß das ist. Also ihr seht, es ist doch nicht so einfach. Aber gut, das ist beim ersten Mal, dann hat man es raus. Wir haben jetzt hier... Wie groß ist unser Plättchen? 90 mal 55. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf 80. Finden natürlich den Haken raus, damit er das skaliert und nicht schrumpft. Sonst habt ihr so ein flaches Bild. Und da haben wir 41. Das heißt, es passt. Jetzt ist nur die Frage, wie der es dann findet. Ich ziehe mal die Brille auf. Seht ihr das da hinten? Ja, ihr seht das. Oh, das sieht voll spacey aus. Guckt es mal durch. So sieht man das. Richtig. Richtig spacey hier. Das sieht cool aus. Okay. Und jetzt sagen wir mal, erzeuge. Oh, ich habe jetzt echt Angst. Achso, warte mal. Ich muss noch die Höhe einstellen. Das zeige ich euch noch. Okay, Höhe einstellen läuft so. Ihr habt euer Werkstück. Legt ihr hin. Dann kommt die Platte drauf. Dann löst ihr hier diese Schraube. Und setzt den Laser auf diese Platte drauf. Schraubt dann die Schraube wieder fest. Zieht die Platte raus. Legt das hier unten drunter. Okay, und dann drücke ich jetzt hier einmal auf Erzeuge. Gut, jetzt haben wir das erzeugt. Und jetzt müssen wir, ah, jetzt sagen wir hier Framing Laser on. Also warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier den Nullpunkt setzen. Und zwar will ich den Nullpunkt hier draußen haben. Dann seht ihr hier auch mit dem Kreuz, wo wir gerade sind. Und zwar will ich jetzt hier den Nullpunkt setzen. Heißt, wir haben jetzt hier den Nullpunkt gesetzt. Und jetzt drücke ich hier drauf auf Framing. Da seht ihr jetzt, jetzt fährt er das ganze Gebiet ab, wo er später lasern wird. Und jetzt müssen wir das ausrichten einmal hier. Gehen wir einfach hier oben dann auf Programm ausführen. Okay, und er fängt an. Wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm halt, wo wir gerade sind. Aber man erkennt schon was. Oh, ist das cool, ist das cool. Also, wir sehen uns jetzt hier oben, wir sehen uns 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 hier oben, wir sehen So, jetzt habe ich gerade die Brille abgesetzt, jetzt ist ein bisschen, sieht man nicht mal ganz so viel, weil alles grün ist, aber schaut es mal Leute, guckt es mal wie cool das ist. Für den allerersten Versuch mit den Settings von Ortur bin ich echt, echt begeistert, man kann sogar, es geht ein bisschen ins Material rein, genau hier hinten vor allem geht es ins Material rein, vorne ist eher nicht so, das O ist jetzt nicht so geworden, da muss man halt wie gesagt einfach ein bisschen rumprobieren, seine Einstellungen finden, das ist halt viel, viel ausprobieren. Ich werde jetzt noch ein paar Sachen lasern, ein bisschen rumprobieren, euch da einfach ein paar Videos davon zeigen, wie das Ganze lasert, die Endergebnisse, genau und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Ihr habt es gesehen, ich habe ein paar Sachen jetzt gelasert, dazu erzähle ich gleich noch was. Ich möchte euch jetzt gerne mal ein Fazit sagen, ich kann auf jeden Fall jetzt bis jetzt sagen, ich kann ihn euch empfehlen, es ist ein sehr, sehr guter Laser. Ich fange jetzt einfach mal von vorne an, also eingepackt war er sehr, sehr gut, dann Zusammenbau ging richtig schnell, das war nur der Laserkopf hier draufstecken, ein paar Kabel anklemmen, also diese zwei Kabel anklemmen, das ist innerhalb von zwei Minuten ist das gemacht und dann ist der Lasereinsatz bereit. Das passt alles. Ich habe das Fenster nicht geschlossen, warum, warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Ich habe mir andere Videos angeguckt, da funktioniert es, also da braucht es euch keine Sorgen machen, das klappt. Dann zur Software Laser GRBL, das hat aber jetzt nichts mit Auto zu tun, möchte ich jetzt nur mal sagen. Da muss ich sagen, für den Anfang, für die paar Tests hier hat es vollkommen ausgereicht. Ich komme damit aber allerdings schon zurecht, aber mir sind es ein bisschen zu wenig Funktionen und so, deswegen werde ich demnächst auch auf Lightburn wechseln. Kostet zwar, aber das Geld ist es wert, denn wenn es dann vor allem daran geht zu gravieren und zu schneiden gleichzeitig, dann ist das deutlich einfacher. In Laser GRBL meiner Meinung geht das sogar gar nicht, dass man das gleichzeitig machen kann, was ziemlich doof ist. Gut, aber für die ersten paar Tests hier hat das vollkommen ausgereicht. Dann die Settings von Orto selber, also die Materialreferenzen sind super, also ich habe hier zum Beispiel, kann ich euch schon mal zeigen, habe ich hier ein paar Tests gemacht und die beste Einstellung war echt die von Orto selber, die sie empfohlen haben. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann kommen wir gleich schon mal zu den Testsachen. Ich habe hier halt angefangen, das Orto reinzulasern, das war der allererste Versuch, der ist sofort gelungen, das, was natürlich richtig cool ist, wenn es gleich funktioniert, so wie man will. Und dann halt mit den ganzen Einstellungen, ohne die Einstellungen wäre das ein bisschen doof, weil man sich dann selbst reinfinden muss, vor allem als Anfänger, dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön und ein großes Lob, dass Orto da so eine Liste bereitstellt. Dann habe ich hier die nächsten zwei Versuche gemacht, einmal mein Logo und einmal so eine Speechbubble, wo Hello drin steht. Auch das hat einwandfrei funktioniert. Bei meinem Logo sieht man jetzt die Säge nicht so richtig, das hat allerdings nichts mit dem Laser zu tun, sondern damit, dass das Logo einfach zu klein ist und die Säge eh schon von Haus aus klein ist. Wenn man das Ganze jetzt größer lasert, sieht man da auch was. Genau, dann das nächste war, genau als nächstes habe ich dann halt mal kurz zur Tests gemacht. Da habe ich halt eine Einstellung gehabt, die Standard-Einstellung, da habe ich ein bisschen mit den Zahlen rumgespielt. Hier habe ich einfach die verschiedenen Modi ausprobiert, die es bei LaserGRBL gibt, damit ich einfach mal einen Überblick hatte, was es so gibt. Genau, hier habe ich dann das erste, auch mal wieder was gelasert, das hat jetzt schon 10 Minuten gedauert. Ja, aber ich bin mega zufrieden, da ist jetzt noch nicht drüber geschliffen, also wenn man da jetzt noch drüber schleift, sieht das Holz auch wieder schön aus. Ja, also mit so einem Laser sind einem keine Grenzen gesetzt, ihr könnt da wirklich alles mit verwirklichen, wie zum Beispiel jetzt hier sowas, könnt ihr halt irgendwo reinbauen. Ja, nochmal, um darauf zurückzukommen wegen LaserGRBL und Lightburn, ich habe jetzt hier zum Beispiel mir mein Logo genommen, das eingestellt mit den ganzen Settings, das Holz ausgerichtet, gelasert. Dann die Datei wieder genommen, das Holz ausgerichtet, neue Einstellungen gemacht, wieder gelasert. In Lightburn geht das deutlich einfacher. Ich kann die Dateien mehrmals kopieren in dem Programm, die dann auf mein Holz draufsetzen und für jede Schrift eigene Geschwindigkeit und Power einstellen und dann macht ihr das in einem Durchgang, was dann auch deutlich Zeit erspart. Genau, so, dann das nächste habe ich hier mal ein bisschen was getestet. Hier oben hatte ich noch kurze Settings, hier habe ich mal so ein Rechteck gelasert. Hier habe ich dann schon meinen ersten Schnitt gemacht, das war der untere, das war mein erster Schnitt, also erster Cut. Der obere war mein zweiter, auch das habe ich in einem Durchlauf gemacht, das sind jetzt 4 mm in einem Durchlauf mit dem Laser, der eigentlich nur fürs Gravieren gedacht ist. Mit dem kann man aber auch schneiden. Hat er das super gemacht. Es ist ein bisschen abgefackelt, das Ganze, dazu sage ich gleich noch was. Das zweite war dann so ein kleiner Tannenbaum, so eine Weihnachtskugel, auch das ist sehr, sehr cool. Das hat beim ersten Mal gleich geklappt, das ist das Holz, was dabei war, das 1,6 mm Playwood. Da sieht man sehr, sehr genau alles, also das ist wirklich fein. Dann wollte ich das Ganze nochmal machen, und zwar zweimal. Allerdings ist mir da ein Fehlercode, hat der LaserGRBL mir einen Fehlercode angezeigt, bei beiden ungefähr an der gleichen Stelle, immer kurz vorm Schluss. Was da faul ist, weiß ich noch nicht. Ich denke mal irgendwas, weil das war eine neue Datei, das ist nicht die gleiche gewesen wie da. Ich denke mal irgendwas war mit der Datei kaputt. Gut, da muss ich einfach noch ein bisschen rumprobieren. Ja, dann zu cutten. Ich werde mir demnächst, also man sieht ja, dass es verbrannt ist, ich werde demnächst auch ein bisschen den Laser upgraden. Und zwar werde ich mir ein Gehäuse bauen, um einmal das Ganze zu schützen und um keine Brille zu tragen. Wenn der Laser mal so eine 10 Minuten, eine halbe Stunde mal läuft, dann möchte ich nicht die ganze Zeit mit einer Brille daneben stehen, sondern auch mal was anderes machen. Dafür ein Gehäuse. Außerdem ist das Ganze geschützt, auch vom Staub hier in der Werkstatt, wenn ich normal arbeite. Was ein Vorteil dann wieder ist, beim Lasern entstehen ja Dämpfe. Und da ist ganz viel Rauch, hat man zum Beispiel bei was war es, ich glaube bei dem oder bei dem war es, bei dem war es glaube ich ganz enorm, da war die ganze Werkstatt verraucht. Das kann ich natürlich mit so einer Box dann verringern, da bleibt die Dämpfe, der Dampf, der bleibt dann in der Box drinnen. Da werde ich mir dann eine kleine Absaugung dran bauen an die Box und ich werde mir einen Air Assist bauen. Air Assist ist einfach nur ein Luftgebläse, der auf den Laserstrahl drauf pustet mit einer kleinen Pumpe. Und das hat einfach dann den Vorteil, dass der Rauch, der wird dann weggepustet und dann kriegt man noch saubere Schnitte und Gravuren hin. Und dann ist das auch nicht hier so verbrannt. Dann werde ich mir halt natürlich eine Unterlage machen, eine Unterlage aus so einem Lochblech, was eigentlich jeder so macht, genau. Wenn ihr nicht sehen wollt, wie ich das Ganze mache, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Da zeige ich euch dann alles. Also es kommt echt viel noch auf euch zu mit dem Laser. Wir werden einige Projekte machen, ich werde nicht nur Projekte mit dem Laser machen, ich werde die einbauen in andere Projekte. Ja, ich habe euch alle Links, wirklich alle Links, die ihr zu Orto, Aufero und Gott weiß nicht was findet, in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr alles einfach mal durchklicken, ich habe euch mal die wichtigsten Sachen verlinkt. Genau, schaut da einfach mal rein. Meine Empfehlung zu dem Aufero Laser 1 habt ihr auf jeden Fall. Ich bin mega begeistert. Der ist halt auch klein, leicht. Ihr könnt den überall mit hinnehmen, das ist der Vorteil. Auch bei kleinen Werkstätten, der passt halt überall hin, das ist halt echt ein Traum. Ja, es war jetzt zwar ein etwas längeres Video, allerdings ein sehr, sehr ausführliches. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und den Einstieg euch auch auf jeden Fall nochmal ein Stück vereinfachen, weil ihr halt einfach mit mir dann die ganzen Schritte mitmachen könnt, wenn ihr den Laser habt. Dann nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Orto für die Bereitstellung des Lasers. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die kommenden Projekte damit. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.